TS-Personaldienstleistung, euer kompetenter und zuverlässiger Partner in Sachen Personaldienstleistung, präsentiert das Voting zum Dynamo-Tor des Sommers. Ihr habt gewählt! Euer Dynamo-Tor-Schütze des Sommers ist Lukas Röser. Der Stürmer hatte die SGD am ersten Spieltag nach Einwurfvorlage von Philipp Heise zum 1-0-Auftaktsieg gegen den MSV Duisburg geschossen. TS-Personaldienstleistung dankt allen Dynamo-Fans, die sich an der Abstimmung beteiligt haben. TS-Personaldienst-źwungier Vielen Dank.